Wilhelm Dilltey war ein deutscher Theologe, Gymnasiallehrer oder Philosoph. Entgegen dem zu seiner Zeit stark verbreiteten Naturalismus entwickelte Dilltey ein lebensphilosophisches Fundament, welches das menschliche Leben und die Formen seines Ausdrucks nicht mehr nur nach Naturgesetzlichkeiten erklärte, sondern vielmehr die Eigengesetzlichkeit des menschlichen Geistes Lebens zu verstehen suchte. Dilltey baute diesen Ansatz wissenschaftstheoretisch aus und formulierte in Abgrenzung zu den Naturwissenschaften eine Theorie der Geisteswissenschaften, als deren Begründer er gilt. Als deren Methode entwickelte er die Hermeneutik und die verstehende Psychologie in wesentlicher Weise weiter. Zur empirischen Anwendung brachte Dilltey seine Methoden in der Weltanschauungslehre, einem Deutungsschema für die seiner Meinung nach gescheiterten Systeme der Metaphysik. In ihr versuchte Dilltey aufzuzeigen, wie alle unterschiedlichen und sich widersprechenden metaphysischen Systeme ihren gemeinsamen Ursprung im Lebenszusammenhang des Menschen haben. Zugleich kategorisierte er die historischen Ansätze nach verschiedenen Typen der Weltanschauung, Leben. Wilhelm Dilltey wurde 1833 als Sohn einer kalvinistischen Predigerfamilie geboren. Sein Vater war Maximilian Dilltey, nassauischer Oberhofprediger in Biebrich, seine Mutter Maria Laura Heuschkel, Tochter des herzöglichen Kapellmeisters in Hildburghausen. Sein Bruder Karl wurde Professor der Archäologie, seine Schwester Caroline war mit dem Philologen Hermann Jusner verheiratet. Er besuchte in Wiesbaden das Gymnasium und referierte dort 1852 zum Abitur das Thema über den Einfluss des griechischen Altertums auf die Jugend. In Berlin und Heidelberg studierte er auf Wunsch seiner Eltern Theologie, Geschichte und Philosophie U.A.R. Bei August Böck, Kuno Fischer, Leopold von Ranke und Friedrich Adolf Trendelenburg. 1856 legte er sein erstes theologisches Staatsexamen ab. Nach Abschluss der staatlichen Schulamtsprüfung wurde er Lehrer am Französischen und Joachim Stahlschen Gymnasium in Berlin. Im Jahre 1864 wurde er mit einer lateinisch geschriebenen Arbeit über die Ethik von Schleiermacher promoviert. Er habilitierte sich im selben Jahr über das moralische Bewusstsein und wurde Privatdozent an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. 1867 erhielt er einen Ruf auf ein philosophisches Ordinariat in Basel. Es folgten Anstellungen in Kiel und Breslau. 1870 erschien der erste Band von »Das Leben Schleiermachers«, der Dillteisch-Ruf als historischer Geisteswissenschaftler begründete. In der Breslauer Zeit begann Dillteisch Freundschaft mit dem Grafen Paul Jörg von Wartenburg, mit dem er fortab einen regen Briefwechsel führte, der seine Auseinandersetzung mit philosophisch-geisteswissenschaftlichen Themen wesentlich befruchtete. 1882 erhielt er einen Ruf nach Berlin als Nachfolge des plötzlich verstorbenen Rudolf Hermann Lotze, wo er von 1883 zu 1908 lehrte. 1883 erschien zugleich der erste Band der Einleitung in »Die Geisteswissenschaften«, den Dilltei dem Grafen von Jörg widmete. 1894 publizierte Dilltei die Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie. Aufgrund einer scharfen Kritik Hermann Ebbinghauses an den Ideen ließ Dilltei seine Pläne für einen zweiten Band der Einleitungen fallen. Dilltei engagierte sich für die lebendige Frauenbewegung um 1900. So gehörte er der 1893 von Helene Lange gegründeten Vereinigung zur Veranstaltung von Gymnasialkursen für Frauen an, die sich für ein Recht der Frauen auf ein Universitätsstudium einsetzte. Auch förderte er ausdrücklich Studentinnen. Zu seinen Schülerinnen gehörte Helene Stöcker, die er heranzog, um ihn in Berlin bei seinen Studien über Schleiermacher zu unterstützen. Für Gertrud Bäumer war Wilhelm Dilltei einer der wichtigsten Lehrer, und bei ihrer Promotion an der Berliner Universität 1904 gehörte er der Primotionskommission an. 1900 erschien der erste Band von Edmund Husserls »Logische Untersuchungen«. Dilltei setzte sich intensiv mit ihnen auseinander und nahm einige Korrekturen am eigenen Werk vor, die ihn zu einer systematischen Weiterführung der Einleitung anregten. 1905 kam Husserl nach Berlin zu Dilltei zu Besuch. 1906 wurde Dilltei mit dem Erscheinen von »Das Erlebnis und die Dichtung« auch über den Kreis der Fachkollegen hinaus bekannt. Eine Dilltei-Schule etablierte sich 1911 mit Erscheinen des Sammelbandes »Weltanschauung, Philosophie und Religion«, auf welche Husserl in scharfer Abgrenzung mit seinem Aufsatz »Philosophie als strenge Wissenschaft« reagierte. Es folgte ein Briefwechsel zwischen beiden, der jedoch nicht zur Klärung der Differenzen beitrug. 1911 starb Dilltei in Seis nach Erkrankung an der Ruhr.